Du hast es jetzt geschafft, in den letzten Jahren, Monaten, solche schönen Preise zu gewinnen, aber es ist trotzdem jetzt eine schwierige Zeit für die Künstler, für die Musiker. Wie erlebst du diese Zeit jetzt? Wie ist es für dich? Ich muss sagen, wir alle haben im Moment sehr schwierige Zeiten. Alles, was Kunst betrifft und Musik, ist natürlich alles ungewöhnlich und ganz anders, als wir das davor kannten. Und momentan war das für mich auch eine große Überraschung, dass gerade in dieser Zeit Leute viel mehr Musik hören und auch kaufen im Netz oder im Laden. Aber mehr so im Netz, weil diese vier Millionen haben wir natürlich nicht nur auf CDs verkauft, wir haben das auch als Downloads, als bei allen möglichen Musikportalen. Und normalerweise, das ist ein großes Erfolg, der viele Türen öffnet gerade und das merke ich jetzt schon, dass fast alle deutsche Musikkanäle spielen permanent auch mein Video zum Song Liebestraum. Und normalerweise, gerade in dieser Zeit, würde ich gerne eine große Tournee planen. Und momentan kann man das natürlich nicht so wirklich planen und auch wenn, dann gar nicht so groß. Deshalb, ich glaube, diese Probleme haben die momentanen Künstler. Ich bin nicht der Einzige, muss man natürlich damit leben, positiv sehen und alles und sich freuen, dass es überhaupt irgendwas geht in dieser Zeit.